Sie wollen... Nun, jetzt wo alle den Klassenraum gefunden haben, können wir ja endlich beginnen. Bitte quatschen Sie nicht und halten Sie Ihre Augen auf sich selbst gerichtet. Ja, ich spreche mit Ihnen, Mr. DeLoria. Ja, Mr. Brudge. Es sei denn, es hat noch jemand anders aufschlussreiche Kommentare. Dann können wir beginnen. Frage 1. Ein hektischer Vault-Wissenschaftler läuft auf Sie zu und schreit, ich werde meinen Phanten-Harmonisator in Ihre Photonen-Resonanzkammer stecken. Wie lautet Ihre Antwort? Was? Ich lese jetzt erstmal nur die Antworten durch und dann entscheiden wir uns. Aber Doktor, würde das keine... Okay, ich lese es ein bisschen schwierig durch, aber egal. So, äh, parabolische Destabilisierung der Spaltungs-Igualität verursachen. Ach ja, danke, gleichfalls Kumpel. Sie sagen nichts, sondern schnappen sich ein herumliegendes Rohr, schlagen den Wissenschaftler damit auf den Kopf, um ihn ins Land der Träume zu schicken. Wenn Sie das richtig verstanden haben, wollte er die Worte in die Luft sprengen. Aha. Sie sagen nichts, hauen ab, bevor er Wissenschaftler fortfahren kann. Ähm. Da ich ja Wissenschaft studiere hier bei Fallout, werde ich natürlich eine sehr intelligente Antwort geben, die ich sowieso nicht verstehe. Frage 2. Während Ihrer Tätigkeit als Praktikant in der Klinik stolpert ein Patient mit einer seltsamen Fußinfektion durch die Tür. Die Infektion breitet sich mit alarmierender Geschwindigkeit aus, aber der Doktor ist mal eben rausgegangen. Was tun Sie? Mal sehen, Sie amputieren den Fuß, bevor sich die Infektion noch weiter ausbreitet. Sie rufen nach Hilfe. Sie versorgen den infizierten Bereich so gut wie möglich, medizinisch. Sie beruhigen den Patienten und sehen einfach zu, wie sich die Infektion ausbreitet. Nein. Ich versorge ihn natürlich so schnell wie möglich, medizinisch. Frage 3. Sie entdecken einen jungen Burschen auf den unteren Ebenen der Vault. Er hat Hunger und fürchtet sich, ist aber scheinbar im Besitz gestohlenen Eigentums. Was tun Sie? Sie umarmen den Jungen und sagen ihm, dass alles in Ordnung ist. Sie konfiszieren die gestohlenen Gegenstände mit Gewalt und lassen den Jungen als Bestrafung zurück. Sie stellen dem Jungen das Diebesgut, um es selbst zu haben, und überlassen ihn seinem Schicksal. Sie bringen den Jungen in Sicherheit und melden ihn dann beim Aufseher. Nee. Ich mach das hier. Frage 4. Glückwunsch. Sie haben es in eines der Vault 101 Baseballteams geschafft. Welche Position bevorzugen Sie? Oh Gott. Pitcher, Catcher, Hitter. Ich bin eher ein Pitcher. Frage 5. Ihre Großmutter lädt Sie zum Abendessen ein, reicht Ihnen dann aber eine Pistole und befiehlt Ihnen, einen anderen Vault-Bewohner zu töten. Was tun Sie? Okay. Sie fügen sich der alten Dame und töten den Ansässigen mit der Pistole. Aha. Sie bieten ihren teuersten Besitz für das Leben des Ansässigen an. Sie fragen Oma lieber nach einer Minigun. Sie möchten schließlich vorbereitet sein. Sie schütten Ihre Großmutter in das Gesicht, ja. Frage 6. Der alte Mr. Abernathy hat sich mal wieder in seinem Quartier eingeschlossen und Sie haben die Aufgabe, ihn rauszuholen. Wie gehen Sie vor? Sie verwenden eine H-Klammer, um das Türschloss zu knacken. Sie bezahlen einen Wardgauner für seine Cherrybombe und sprengen die Tür auf. Entschuldigung, da war, habe ich gerade ein bisschen aufgestoßen. Sie gehen zum Waffenhaus, holen sich eine Laserpistole und schießen das Schloss auf. Sie verschwinden und lassen den alten Kaunst verrotten. Natürlich nehme ich eine H-Klammer, um das Türschloss zu knacken, denn Türschloss knacken wird mir viele Wege ermöglichen. Frage 7. Oh nein, Sie wurden der Strahlung ausgesetzt und aus Ihrem Bauch wächst eine mutierte Hand. Welche Therapie eignet sich hier am besten? Aha, mit einer Kugel in den Kopf. Mit großen... Tolle Therapie. Ist du mal ein... Mit einer Kugel in den Kopf ist es... Schöne Therapie, ja. Mit großen Dosen des Antimutrogen-Wirkstoffs. Beten, vielleicht schont sie Gott. Vielleicht verschont Gott sie im Austausch gegen ein Leben voller frommer Hingabe. Sie entfernten die Mutation mit einem Präzisionsleser. Ja. Frage 8. Ein Bewohner der Vault 101 ist im Besitz eines Krognack der Barbar-Comic-Bands. Erste Ausgabe. Sie wollen ihn unbedingt haben. Wie bringen Sie es am besten in Ihren Besitz? Ähm, Sie tauschen den Comic-Band gegen eines Ihrer eigenen wertvollen Besitztümer? Nein. Sie stehlen den Comic-Band mit vorgehaltener Waffe? Vielleicht. Sie schleichen ins Quartier des Ansässigen und stehlen ihm das Comic-Band... Ah, schon eher. Sie träufeln ein paar K.O.-Tropfen. Sie träufeln ein paar K.O.-Tropfen in die Nuka-Cola des Ansässigen und nehmen die Comic-Band, wenn er bewusstlos ist. Übrigens, Nuka-Cola ist hier die Cola-Sorte. Äh, aber ich nehm das hier. Frage 9. Sie entscheiden, es wäre lustig, Ihrem Vater einen Streich zu spielen. Sie schleichen sich ungesehen in seine Privaträume und... Lösen die Schrauben an einigen Rohren. Wenn das Wasser aufgedreht wird, wird das Badezimmer überflutet. Legen eine Knallflasche in die Toilette, das wird schon für Chaos sorgen. Brechen den verschlossenen Arzneischrank auf und tauschen sein Blut-Hochdruck-Medikament gegen Zuckerpillen aus. Manipulieren die Stromversorgung seines Rasierers, damit er seinen elektrischen Schlag bekommt. Wenn er sich das nächste Mal rasiert. Ähm, ich werd mal das über Fluten und die Rohren nehmen. Frage 10. Wer ist unbestreitbar die wichtigste Person in Vault 101? Er, der uns vor der Strenge des atomaren Ödlandes beschützt und dem wir alles zu verdanken haben, was wir haben, einschließlich unseres Lebens. Der Aufseher, der Aufseher, der Aufseher, der Aufseher. Ich nehme, ähm... Der Aufseher. Stifte niederlegen, allesamt. Das war's, der berüchtigte GOAT. Ich bin mir sicher, dass es für viele von Ihnen kein Thema war. Die anderen... Nun, es gibt immer noch Stellen in der Wartungsabteilung. Vergessen Sie nicht, Ihre Tests einzureichen, bevor Sie gehen. Sie wollen wirklich nicht wissen, was mit denen geschieht, die den GOAT vermasseln. Sie haben den Rest des Tages frei, um zu feiern oder zu beten. Erstmal alles klauen. Ähm... So. Ich hab Wichtigeres zu tun. Bitte schön, Mr. Broch. Ich hoffe, ich hab's gut gemacht. Machen Sie sich mal keine Sorgen, Miss Almodovar. Mal sehen. Ausgezeichnet. Ich denke, für Sie steht eine Karriere als Aufseher an. Danke. Bis morgen dann. Geh mir aus den Augen. Die Aufsehertochter wird zum Aufseher. Hm. Sie unterrichten. Ich bin fertig. Ah, Butch. Darf ich zugeben, dass ich diesen Tag schon lange herbeigesehnt habe? Erlauben Sie mir, diesen Moment auszukosten. Na gut, dann wollen wir mal sehen. Hm. Wirklich? Interessant. Er hat nicht mal drauf geguckt. Sie haben mich überrascht, Butch. Ich dachte nicht, dass Sie das Zeug dazu haben. Friseur, wer hätte das gedacht? Sie reden doch nur um Müll. Das stimmt überhaupt nicht. Ich hab Wichtigeres zu tun. Ich bin fertig, Mr. Broch. Glaub ich jedenfalls. Oh, Moment, bitte. Kann ich's nochmal kurz haben? Ich glaube, ich muss eine meiner Antworten ändern. Beruhigen Sie sich, Paul. Ich bin mir sicher, dass Sie nichts zu befürchten haben. Dann schauen wir mal. Hm. Aha. Wie ich mir gedacht habe. Techniker. Glückwunsch, Mr. Hannon. Sie haben den GOAT bestanden. Oh, Mann. Das ist echt nicht schlecht. Techniker. Ast rein. Schlangenleben für immer. Das ist ein Gerücht. Geh aus dem Weg. Ich will hören, was die nächste bekommt. Techniker ist nicht schlecht. Der Friseur, das hat er mit Absicht gemacht. Kannst du nicht sagen. Leute. 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 Mutter kann es kaum erwarten. Tschüss. Hallo. Hallo. Das war's. Na gut. Hier steht, dass Sie sich ausgezeichnet für eine Karriere als Abfallentsorgungsfachmann eignen. Ein Spezialist wohlbemerkt. Kein Amateur. Super. Äh. Moment. Hören Sie, in Ihrem Alter war ich genauso unausstehlich. Ich nahm den GOAT nicht ernst. Und wo bin ich gelandet? Unter uns? Der ganze Test ist ein Witz. Wenn Sie das Ergebnis nicht mögen, kann ich Ihren GOAT ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Lassen Sie es mich nur wissen. Oha. Also. Wir haben den GOAT bestanden. Und hier kann ich jetzt aussuchen, was ich gerne machen möchte. Und zwar. Ähm. Möchte ich gerne Energie werfen, wäre schon echt nice, ne? Die Fähigkeit Energie werfen bestimmt ihre Effektivität mit Waffen wie zum Beispiel Laserpistolen, dem Lasergewehr oder dem Plasmagewehr oder dem Plasmagewehr und der Plasmapistole. Ja, ich nehme natürlich den Dietrich. Ich nehme die Medizin eher nicht. Eher die Wissenschaft. Sprache wäre auch nicht schlecht, ne? Aber ich habe nur noch ein Spezialding. Und ich würde eigentlich gerne kleine Waffen nehmen. Weil die Sprache auch nicht schlecht ist. Oh, das ist schwer. Aber ich habe schon Wissenschaft und Dietrich. Kann ich mir eigentlich genug... Äh, gut. Ich nehme kleine Waffen. Perfekt. Halte, da ist jemand weggerannt. Halt's mal. Drei Jahre später. Na los, du musst endlich aufwachen. Oh, wie komisch. Ich habe gerade von dir geträumt. Sei kein Klugscheißer. Das ist verdammt nochmal ernst. Die Leute meines Vaters suchen nach dir. Sie haben bereits Jonas getötet. Du musst hier raus. Wie, 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 war er? Jonas ist tot? Was zum Teufel geht hier vor? Es geht um deinen Papa. Er hat die Vault verlassen. Mein Vater glaubt, Jonas hat ihm zur Flucht verholfen. Und so befahl er seinen Leuten ihn... Mein Gott, sie haben ihn umgebracht. Sie verprügelten ihn und verprügelten ihn und hörten einfach nicht mehr auf. Oh mein Gott. Alles okay? Ja, mach dir um mich keine Sorgen. Tut mir leid, dass du es so erfahren musstest. Ich weiß, Jonas war dein Freund. Aber wir müssen jetzt gehen. Die Leute meines Vaters könnten jederzeit hier auftauchen. Ganz recht. Ich kann nicht hierbleiben, aber... Wohin soll ich gehen? Es tut mir leid, aber ich glaube, du musst deinem Papa folgen. Du musst die Vault verlassen. Hör mal. Ist sicher nicht meine Angelegenheit. Aber hat dir dein Vater nicht erzählt, dass er gehen würde? Aber ja, äh, mein Vater hat mir alles erzählt. Äh, okay, klar doch. Es spielt aber keine Rolle. Ich kann bei der Flucht helfen. Ich habe meinen eigenen Plan. Hm. Ich brauche keine Hilfe. Und ganz besonders nicht von deiner Tochter des Aussehers, nein. Nicht noch einer deiner Pläne, Amata. Ich habe keine Zeit, dir alles zu erklären. Diesmal musst du mir einfach mal vertrauen. Es gibt einen geheimen Tunnel, der vom Büro meines Vaters direkt zum Ausgang führt. Du musst den Computer in seinem Büro hacken, um ihn zu öffnen. Hier, damit kommst du in sein Büro. So komme ich jedenfalls immer rein. Haaklamm einzugefügt. Sehr nice. Sie sollten ihre Sachen vom Schreibschrift holen, bevor sie gehen. Hört sich nach einem guten Plan an. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Ach, noch was. Ich habe die Pistole meines Vaters gestohlen. Ich hoffe zwar, dass du sie nicht brauchen wirst, aber hier ist sie. Danke, Amata. Ich werde es mir im Notfall benutzen, versprochen. Okay. Ich werde versuchen, dich am Ausgang zu treffen. Nimm dich vor dem Sicherheitsdienst in Acht. Viel Glück. Danke. Also. Erstmal nehme ich natürlich den Baseballschläger mit. Und gucken wir mal hier. Das ist gut. Ich werde hier auf jeden Fall alles untersuchen. Kann es gut brauchen. Denn wie in Skyrim auch, werde ich hier wirklich jeden Winkel untersuchen. Hauptsache, ich kriege etwas hier zu fassen. Könnte ich schlafen, aber nach mir wird gerade gesucht. Gut. Von daher mache ich es nicht. Und hier wollte ich eigentlich nicht hin. Luftgewehr müsste eigentlich reichen fürs Erste. So. Ja, und da kann ich auch gleich mal ein bisschen was erzählen. Und zwar, ähm. Okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, der ist aber gegen mich, ne? Ne, noch nicht. Okay, die Kakerlaken. Versucht wieder seinen Kopf zu treffen. Bam. Kittischer. Nein, den will ich nicht schaffen. Hoff mal sehen. Oh, bam. Kittischer. Der ist weg. Machen Sie mir das ab. Nein, ich will nicht Officer Kendall. Lass mich doch. Ich will... Kakerlaken. Ist er tot? Achso, sie ist tot. Jetzt habe ich dich. Oh, was? Ich dachte, er ist mein Freund. Na, warte. Na, warte. Fick dich. Du willst aufs Maul? Nimm dies. Und das. Und jenes. So. Was zähle. Auf welchen Schwierigkeitsgrad spiele ich hier eigentlich? Gameplay. Normal. Hm.